Wie feiern wir im Dekanat Partischl Weihnachten, die Geburt Jesu Christi? In allen Pfarren wird das Angebot erweitert, vor allem am Heiligen Abend. Die Familien mit den Kindern werden zweimal zu einem Christkindlsegen eingeladen. In Partischl gibt es darüber hinaus eine Seniorenmette um 17 Uhr für die älteren Menschen, die in der Nacht nicht mehr in die Kirche kommen wollen oder können. Es gibt Wege zur Krippe im Freien in Reut oder einen Christkindlweg in der Pfarre Pfandel oder in Obertraun einen ökumenischen Weg zur Krippe. Also alle haben sich etwas einfallen lassen. In Ebensee, in Bad Ischlow und in Bad Goisern braucht man Zählkärtchen oder Platzkarten für die Gottesdienste von Heiligen Abend bis zum Stephanitag. Die kann man sich in der Kirche holen, werden dann von einem Willkommensdienst in Empfang genommen bei den Kircheneingängen. Und wir bitten um Verständnis, wenn kein Platz mehr ist, dass wir auch bitten, zu einem späteren Gottesdienst zu kommen und mitzufeiern. Natürlich gibt es auch viele Anregungen für die Feier zu Hause. In allen Kirchen liegt dieses Heftchen auf mit Weihnachtenfeiern in der Familie. Ja, Papst Franziskus hat unengst in einer Begegnung mit Kulturschaffenden gesagt, die Welt braucht Schönheit, damit sie nicht in Verzweiflung versinkt. Und so wünsche ich euch allen, auch den Gästen in unserem schönen inneren Salzkammergut, die zu Weihnachten einige Tage hier verbringen werden, ein gesegnetes, ein schönes, ein friedvolles Weihnachtsfest. Und so wünsche ich euch allen, auch den Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020